Gute Leute, ich bin's wieder, eure Shisha Keule. Ja, wie ihr seht, andere Location. Und zwar bin ich jetzt in meiner Studienstadt, beziehungsweise wohnen in Kassel. Sonst seht ihr eigentlich meine Dosenwand im Hintergrund, die habe ich aber leider jetzt hier nicht. Aber ich denke, das sollte eigentlich kein Problem sein. Oder für die Informationen, die im Video sind, ist das ja eigentlich nicht ausschlaggebend, welche Location im Hintergrund ist. Ja, heute dreht es sich um, wie ihr auch schon im Titel lesen konntet, um einen etwas besonderen Tabak oder eine etwas besondere Sorte. Und zwar um den Kismet Black Apple. Das Ganze könnt ihr im Vandenberg Shop bestellen, den ich euch jetzt auch unten wieder in der Videobeschreibung verlinke. Ich habe mir vor ein paar Wochen die Wundertüte bestellt, die auf der Vandenberg Seite zu kaufen gab. Und zwar hattet ihr da, ja, jeweils 30 Gramm für 15,90 Euro. Waren dann nachher, ich glaube, 150 Gramm Tabak. Jeweils von den verschiedenen Kismet Sorten und Schott zum Probieren. Ähm, ja. Hier seht ihr die OVP, beziehungsweise ich blende es jetzt auch hier oben nochmal ein. Ähm, das Ganze wird nachher kosten 25,50 für, lasst mich nicht lügen, ich glaube 250 Gramm. Ich bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. 200 oder 250 Gramm sind es. Ähm, Kismet ist ein etwas besonderer Tabak. Ähm, ich verlinke euch jetzt aber auch nochmal den, ähm, Fabi von Shisha Bavaria, weil der, äh, weiß da ziemlich viel drüber. Ähm, und zwar wurde bei Kismet, ähm, drei verschiedene Grundtabak, ähm, Sorten benutzt. Und zwar ist es ein Dark Q, ne Moment, ein Dark Air Q, ein Burley und ein Orient Tabak, der dort verwendet worden ist. Das Ganze, ähm, hat einen, oder wird, die älteren Versionen war noch mit einem etwas höheren Honiganteil, ähm, gemischt. Beziehungsweise die neueren ist der Honiganteil nicht mehr ganz so hoch. Heißt, ihr habt nicht diesen Glycerin Pump, der, äh, sonst bei anderen Tabaksorten halt da ist. Das Ganze ist wirklich sehr, sehr schön eingezogen. Ja, ähm, Black Apple, ähm, ich hatte mir damals schon gedacht, okay, das wird irgendwie sowas um die Art von, ja, Doppelapfel oder sowas sein. Ja, und wenn man dann die Nase dran hält, äh, bestätigt sich das Ganze auch. Ihr habt eine sehr, sehr, sehr leckere Anisnote. Und eine, ja, sehr fruchtige, sehr interessante Note, die noch mit dabei ist. Das Ganze riecht wirklich sehr, sehr lecker. Und, äh, macht definitiv Lust aufs Rauchen, muss ich wirklich sagen. Es schwingt halt dieses Fruchtdicke noch mit dabei, was das Ganze doch, ähm, nicht eh, oder, ähm, etwas abhebt, wie andere Sorten, wie zum Beispiel Apfaha oder sonstige Doppelapf, Doppelapfelsorten. Also es riecht wirklich sehr, sehr, sehr lecker. Ähm, ja, geraucht wird heute natürlich in meiner Keule. Dann mit meiner Predator, äh, heute ist es die, ähm, ja, Genie, Green Genie Pyramid Bowl von NPS, einem Glaskohleteller. Gebaut habe ich das Ganze heute in meinem, äh, Fuck You Funnel mit KingCopro-Aussatz und zwei, ähm, Tom Gelbkohlen. Ja, äh, soweit müsste ich eigentlich erstmal alle davon gesagt haben. Ich zeige euch jetzt mal den Rauch, beziehungsweise erzähle ich euch dann was zum Geschmack. Ja, also das Ganze, wie ihr sehen könnt, raucht schon mal wirklich sehr gut. Ihr habt schön dichte weiße Wolken, vorab, der Tabak drückt nicht, er kratzt nicht, ist natürlich auch ready to smoke, ähm, und lässt sich sehr, sehr gut handeln. Also ihr könnt auch ruhig mal ein bisschen mehr Hitze geben. Und geschmacklich. Ähm, was ihr direkt im Mund habt, ist diese, ja, sehr, sehr präsente J*** Note, die sich auch wirklich im ganzen Mund absetzt. Also ihr habt jetzt auch, ähm, ja, nach langem, äh, oder nach dem Reden, oder auch wenn ihr mal runtergeschluckt habt oder so, noch wirklich diese sehr leckere, äh, Anis Note im Mund. Wenn ihr das Ganze aus der Nase auslasst, kommt oder merkt ihr, dass das Ganze anders schmeckt. Ihr habt eine sehr, sehr erdige, äh, die hat einen erdigen Geschmack, das, der kommt, oder das kommt durch die verschiedenen Grundtabaksorten, die dabei verwendet worden sind. Das Ganze harmoniert aber wunderbar mit dieser Anis Note. Und, äh, was ihr auch, ähm, definitiv, äh, gerade beim Ausatmen habt, ist diese sehr, sehr fruchtige Note. Ähm, ich würde es auch als eine Art Apfelnote tendieren, ähm, es könnte allerdings auch noch eine leichte Jasmin Note bei, äh, schwingen. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, aber ihr habt definitiv dieses sehr fruchtige mit dieser Jasmin Note, äh, mit dieser, ähm, Anis Note gepaart, was wirklich sehr, sehr schön, äh, und sehr, sehr lecker ist. Wenn ihr das Ganze mal in einem Overpacking baut, im Overgamping oder auch ganz normal mit einem Flavorsaber, äh, dann kommt diese Grundtabaknote noch etwas stärker hervor. Das ist in dem Funnel jetzt nicht der Fall. Definitiv habt ihr aber dennoch diese Grundtabaknote, die ja auch, ähm, ja, deutlich rauszuschmecken ist. Allerdings, wie gesagt, harmoniert das Ganze wirklich sehr, sehr schön und, äh, ist ein sehr, sehr interessanter Flavor. Ja, Fazit. Ähm, ich kann definitiv eine Kaufempfehlung rausgeben an die Leute, die sagen, ähm, sie rauchen gerne Doppelapfel. Das Ganze ist wirklich, wirklich lecker. Also, ich muss sagen, ich rauche gerne Doppelapfel und die Sorte knallt aber wirklich nochmal alles, was irgendwie sonst auf dem Markt ist, aber sowas von in den Schatten. Äh, das Ganze harmoniert so gut miteinander. Es ist wirklich eine sauleckere Sorte. Ich kann es wirklich nur sagen, die hat mich mehr als überzeugt. Und wenn das Ganze, äh, ich glaube am 20.10. werden die Sorten veröffentlicht, da werde ich mir definitiv eine 200 oder 250 Gramm Packung, äh, mal gönnen, weil das Ganze ist wirklich sehr, sehr lecker. Ja, was kommt demnächst noch auf meinem Kanal? Ähm, es kommt noch ein kleines Special. Da haben wir ein bisschen was, äh, geplant, aber da möchte ich euch jetzt noch nicht zu viel verraten. Das wird, denke ich, Ende Oktober dann auf euch zukommen. Dann waren wir noch im Kolonial in Hockenheim mit ein paar Kollegen. Und zwar war der Olli von den Shisha-Warentestern da, auch der Benni waren da, also beide Warentester waren vertreten. Der Maren von Shisha-MM, Smoking Lilith war am Start, Shisha-Opa war da. Äh, ja, da kommt jetzt definitiv noch die Woche das Video. Da werde ich mich jetzt die Tage noch dran setzen und das Ganze schneiden. Es wird so ein kleiner Vlog sein, da könnt ihr ja immer unten reinschreiben, was ihr davon haltet. Ähm, ich würde sagen, ich bin durch mit der Sorte. Wünsche euch schon noch ne, äh, wünsche euch noch ne ruhige Restwoche. Schon angehend schönes Wochenende. Natürlich guten Rauch und haut rein! Wünsche euch noch ne, äh, 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 wünsche euch noch